Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Interview der Woche. Dieses Mal mitten aus dem Herzen der mecklenburgischen Seenplatte, aus einem kleinen Ort namens Bornhof. Direkt hinter mir liegt zwar ein See, aber es ist nicht nur einfach ein See, es ist die Quelle der Havel. Und Quelle vieler politischer Diskussionen im ganzen Land ist momentan eine junge Partei namens Alternative für Deutschland. Mit deren Spitzenkandidat aus Mecklenburg-Vorpommern wollen wir heute ein wenig reden und dabei die Partei und das, was sie eigentlich wollen, näher kennenlernen. Ja, und da ist er auch, der Spitzenkandidat der Alternative für Deutschland in Mecklenburg-Vorpommern. Da wird man langsam auch aktiv. Live, Erik Holm. Alternative für Deutschland, Herr Holm. Braucht denn Deutschland eine Alternative? Natürlich brauchen wir diese, sonst hätten wir uns nicht gegründet, jetzt auf den letzten Drücker vor der Bundestagswahl. Und es gibt einen gewichtigen Grund. In der Euro-Krise läuft ja wirklich alles schief aktuell. Und wenn wir in den Bundestag schauen, da gibt es im Prinzip Einheitsparteien. Alles wird durchgewunken, Milliarden Rettungsschirme. Wo soll es hinführen? Deswegen sind wir da. Wir wollen da möglichst glimpflich wieder rauskommen. Deswegen sind Sie da. Das bringt mich zur nächsten Frage. Wir sind nicht da, wir sind hier. Wir sind hier in Bornhof an der Havelquelle. Warum haben Sie sich für diesen Treffpunkt entschieden? Na, erstmal habe ich gesagt, bei dem schönen Wetter müssen wir raus in die Natur. Davon haben wir ja reichlich bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich habe mir den Bornsee ausgeguckt, weil da eben die Havelquelle ist. Was steckt dahinter? Na, die Havel fließt bis nach Berlin. Und da wollen wir hin mit der Alternative für Deutschland. Aha, also auch aus Mecklenburg-Vorpommern Richtung Berlin. Es ist ja momentan so, dass es ja landesweit Verbände gibt, die sich gegründet haben. Mecklenburg-Vorpommern auch. Menschen der verschiedensten Strukturen, die dort tätig werden, sie selbst kommen aus dem Radiobereich. Der eine oder andere wird sie zumindest stimmlich kennen. Was ist passiert? Keine Lust mehr auf Radio gehabt? Nein, ganz im Gegenteil. Also das ist nach wie vor meine Leidenschaft. Und ich hoffe, eines Tages kann ich auch wieder hinter dem Mikrofon sitzen in irgendeinem Sender hier bei uns im schönen Land. Aber ich habe mir gesagt, es ist jetzt Bürgerpflicht. Wir müssen was tun. Es muss sich was ändern in dieser Euro-Politik. Weil wo soll es hinführen? Und das heißt, wir Bürger müssen ins Parlament und eine verantwortungsvolle Alternative dort schaffen. Ein Gegengewicht zur Einheitspolitik in Sachen Euro. Ja, und da hoffe ich, dass wir gemeinsam in der starken Stimme dagegenhalten können. Wo soll es hinführen? Also laut Ihrem Parteiprogramm auf jeden Fall zur D-Mark. Sind Sie D-Mark-Nostalgiker? Nein, natürlich überhaupt nicht. Genauso wenig sind wir Euro-Hasser, wie ja die Bild-Zeitung, ich möchte sagen, verleumderischerweise schreibt. Selbst ich habe mich nach elf Jahren an den Euro gewöhnt als Zahlungsmittel. Es gibt nur ein großes, gewichtiges ökonomisches Problem. Der Euro funktioniert einfach nicht. Und das sehen wir alle täglich in den Nachrichten. Wir sehen es ja in den Südländern. Dauerrezession seit Ausbruch der Euro-Krise. Eigentlich ging es schon vorher los. Und wir profitieren ja hier auch nicht davon. Wir türmen Milliarden Rettungsverpflichtungen auf. Bald kommt die Bankenunion, die auch alles noch schwieriger für uns macht. Und es wird nicht besser. Das heißt, wir müssen irgendwie aus der Nummer raus. Und das natürlich möglichst geordnet und sortiert. Nicht Knall auf Fall. Man hört doch aber immer wieder, der Euro ist gut für Deutschland. Wir profitieren davon. Ist das denn nicht so? Also das muss man genau auseinanderhalten. Der deutsche Staat profitiert. Denn wir haben ja im Moment eben diese niedrigen Zinsen. Das heißt, die Schuldenaufnahme ist für den Staat viel günstiger als vorher. Aber im Umkehrschluss heißt das, wir als Sparer in Deutschland, wir profitieren eben nicht, weil die Zinsen so niedrig sind. Da gibt es auch gerade eine frische Studie, die besagt, dass etwa 10 Milliarden uns verloren gehen. Die werden uns quasi jedes Jahr abgeknapst. Und das steigert sich in den nächsten Jahren, wenn die Zinsen so niedrig bleiben, bis auf 60 Milliarden pro Jahr. Ja. Gut. Aber jetzt auszusteigen aus dem Euro, wäre das nicht gefährlich? Also ich sehe es anders. Es war erstmal gefährlich, den Euro überhaupt einzuführen. Und ich bin der Meinung, die Politiker, die das veranlasst haben, gegen den Rat vieler Ökonomen, die gehören vom Hof gejagt. Also es war wirklich unverantwortlich, das zu tun. Man hätte es umgekehrt machen können. Hätte man gesagt, okay, wir machen eine politische Union in Europa und vorausgesetzt alle hätten Lust darauf gehabt, dann hätte man danach den Euro als Krönung einführen können. Aber so rum ist einfach kein Schuh draus geworden. Und sagt die Politik, ja, nützt nichts, wir müssen jetzt irgendwie durch. Aber wir sind der Meinung, müssen wir eben nicht. Es gibt Auswege. Das muss man geordnet machen, aber es wäre für alle besser. Wer sagt denn, dass die Kosten für einen geordneten Ausstieg höher sind als eine unendlich fortgesetzte sogenannte Rettungspolitik? Ich bin ja studierter Ökonom, deswegen betrachte ich die Sachen ja immer sehr logisch. Es gibt eigentlich drei Varianten. Also wenn Sie die Zeit haben, würde ich die vielleicht mal auswalzen ganz kurz. Variante eins, der Euro könnte überleben, wenn wir eben das nachholen, was wir hätten damals machen sollen, eine politische Union einführen, mit einer einheitlichen Wirtschafts- und Finanzpolitik, dann könnte der Euro langfristig überleben. Variante zwei, wir wurschteln weiter so vor uns hin wie bisher, dann wird es irgendwann einen großen Krach geben. Das ist unausweichlich. Oder Variante drei, die die Alternative für Deutschland vorschlägt, dass wir eben geordnet Stück für Stück aus dem Euro austreten. Erst die Südländer, die am meisten Probleme damit haben. Und dann könnte man über kleinere Verbünde nachdenken oder eben über die Wiedereinführung der Marken. Klingt so, als hätten Sie sich Gedanken gemacht darüber. Ja. Andererseits reden wir jetzt schon eine geraubige Zeit wirklich nur über den Euro. So, das würde ja die These stützen, Sie seien eine Ein-Themen-Partei. Ist der Euro wirklich alles, worum es geht? Natürlich nicht. Also wir haben viele andere Themen im Wahlprogramm, können wir gerne auch noch drüber reden. Aber ich finde es auch gut, dass wir eine Weile über den Euro reden, weil diese Euro-Frage, die ist ja existenziell für Deutschland. Da hängen so viele Dinge dran. Deswegen schön, dass wir darüber gesprochen haben. Aber wir können natürlich auch gerne andere Themen mal beankern. Ja, da würde mir pauschal einfallen, so etwas wie die Demokratie steht für Sie ganz weit oben. Sie möchten diese stärken und sagen, ja, brauchen wir eigentlich noch Parteien, brauchen wir keine Parteien? Wie sehen Sie das? Ja, natürlich brauchen wir Parteien. Wir sagen ja nur, wir wollen mehr direkte Demokratie, mehr Beteiligung der Bürger statt eines ausufernden Parteienstaates. Denn die Parteien, die regieren ja heutzutage überall rein. Aber reden wir erst mal von den Parlamenten, da finden wir schon mal nicht in Ordnung, dass es quasi keine freien Abgeordneten gibt, wenn man es mal genau nimmt. Denn es gibt de facto einen Fraktionszwang. Wir haben es zuletzt gesehen bei der ESM-Verabschiedung, wie schwierig es schon war, dass die paar Abweichler überhaupt Rederecht bekommen konnten. Weil es gibt immer diese Disziplinierung in den Fraktionen und das finden wir nicht gut. Oder nehmen wir die Vermengung von Legislative und Judikative. Wer entscheidet denn über Richter und Staatsanwälte? Es sind letzten Endes wieder die Parteien. Schauen wir aufs Verfassungsgericht. Da kam der letzte auf SPD-Fahrschein rein. Zuletzt wurde ein verdienter Ministerpräsident aus dem Saarland belohnt und sitzt jetzt im Verfassungsgericht. Und wir finden, das gehört einfach nicht zusammen. Ich war mal in den USA, da habe ich große Plakate gesehen. Da haben sich Richter für ihr Amt beworben. Denn die werden vom Volk gewählt. Das ist für mich Demokratie und Gewaltenteilung. Sollten wir vielleicht auch mal drüber nachdenken. Anderer Punkt, Rundfunksender. Auch da spielen die Parteien überall rein. Einmal über die Aufsichtsratgremien, dann auch in den Chefredaktionen wird nach dem Parteibuch geguckt. Und es wird dann auch mal angerufen, wenn ein Beitrag nicht so richtig ist. Das haben wir ja gerade zuletzt auch wieder erlebt. Ich finde, da sollen sich die Parteien raushalten. Sie gehören nicht überall rein ins gesellschaftliche Leben. Und ganz wichtig ist natürlich direkte Demokratie. Wir Bürger, wir das deutsche Volk, wir sollten viel mehr mitbestimmen dürfen über Volksabstimmung bei den wichtigen, entscheidenden Themen. Im Übrigen hätten wir damals in den 90er Jahren entscheiden können, Euro oder nicht Euro, dann wäre uns jede Menge Ärger erspart geblieben. Ein weiterer Punkt auf Ihrer Agenda ist die Integrationspolitik. Und da haben Sie schon sehr viel Schelte einstecken müssen. Teilweise sogar bis in die rechte Ecke. Wie stehen Sie dazu? Das ist natürlich totaler Blödsinn. Also wir wollen doch nur eins. Wir wollen die Einwanderung nach den Interessen unseres Landes ausrichten. So wie es jeder vernünftige Staat auf der Welt macht. Wir sagen Ja zu qualifizierter Zuwanderung. Das heißt, wir brauchen in einigen Bereichen Menschen, die gut ausgebildet sind, die unsere Sprache lernen wollen und auch bereit sind, sich zu integrieren. Was wir nicht wollen, ist eine ungeordnete Zuwanderung in die Sozialsysteme. Da müssen wir aufpassen. Und das soll rechtslastig sein. Also ich bitte Sie, das kann natürlich keiner ernsthaft sagen, weil das ist das kanadische Einwanderungsmodell, was wir übernehmen wollen, was dort sehr erfolgreich praktiziert wird. Wenn das so rechts wäre, dann hätte ja unser Außenminister Guido Westerwelle schon längst mal den kanadischen Botschafter einbestellen müssen, um zu sagen, was sie für böse Sachen da in Kanada machen. Also das ist natürlich kein Mann schwarz. Ja, als letztes würde mich noch interessieren, Sie als ehemaliger, muss man ja sagen, Radiomann, ein Mann der Medien, jetzt auf dem Weg in die Politik. Zum jetzigen Zeitpunkt, was können Sie sagen, war es der richtige Schritt? Ich denke schon. Wobei ich wirklich länger überlegt habe, ob ich diesen Schritt wagen soll. Denn ich glaube, das Funktionärsdasein ist jetzt nicht unbedingt mein Ding. Aber ich stehe jetzt auch bald noch ein bisschen mehr in Verantwortung. Deswegen muss es sein, ich werde nämlich jetzt bald das erste Mal Papa. Und mein Lütter, der soll ja in einem stabilen Land mit Zukunft aufwachsen können. Also deswegen, Leute, macht mit, Bürger in die Politik. Wir müssen was ändern. Die Etablieren haben uns da, ich möchte sagen, Scherbenhaufen hinterlassen. Milliardenschwere Rettungsschirme haben sie durchgewunken. Teilweise an Recht und Gesetz vorbei. Und am Ende präsentieren sie uns, dem deutschen Volk, die Rechnung. Das kann so nicht weitergehen. Wir müssen was ändern. Und ich glaube, wir sind an so einem Punkt angelangt wie damals 1989. Es ist also wieder höchste Zeit für eine Wende. Also ich würde sagen, ändern wir was, Ärmel hochkrempeln und los geht's. Herr Holm, vielen Dank für diese beeindruckenden Einblicke. Liebe Zuschauer, das soll das Interview der Woche für diese Woche gewesen sein. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.